Hi, ich bin der Günther, ich war es in der Bude. Willkommen zu einem relativ besonderen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es ein Video eigentlich für alle Smash Bros Spieler unter euch. Und zwar, ihr wisst bestimmt so ziemlich alle, dass ich im Squid Team oder kurz SQT bin, wovon auch vor ein paar Tagen eine Montage kam und ähnliches. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu dem Server. SQT sucht im Moment neue Mitspieler und ich würde da gerne einige von euch auch willkommen heißen. Deswegen, wenn ihr Smash Bros spielt und Interesse habt, ihr könnt nichts verlieren. Kommt rüber, bewerbt euch und die Tryouts sind nicht schwer. Die meisten Spieler bestehen das ziemlich einfach. Ihr habt nichts zu verlieren, deswegen gerne rüberkommen. Shoutout an SQT Server. Ich hoffe, einige von euch dort zu sehen. Und wer nicht Smash spielt, der sollte am besten gar nicht drauf joinen übrigens. Also, wir sehen uns dann hoffentlich bei einem anderen Video oder am besten auf dem Server wieder. Bis bald und ciao.